Ab von Dingens! Bitte? Ich hab gesagt Ab von Dingens. Was hab ich denn vorher gesagt? Ich war gerade gedacht, ich war anders. Naja, gut. Ach so, die Nationalität der Charaktere steht hier nicht. Also von der Horizon steht es da leider nicht. Aus welchem Land sie kommt. Hier steht nur... Das ist euer Champion. Home Vault Sam... Samate. Und sie heißt Dr. Mary Sommers. Mit einem M. Perfekte G. Ja, die Lava-Maps... Ja, Lava- und Ice-Maps. Ich kann ja mal nachgucken, wo die Voice-Actorin herkommt. Wohin gehen wir? Äh... Good Old Geysir. Okay. Und dann gucken, ob wir so ein Frachbott kriegen für den Schlüssel. Geysir ist aber nah dran, der wird beliebt sein. Dann runter damit. Und dann mit dem Zeug. Ich geh ins rechte Gebäude. Also die rechte Schlange hier. Ja, bin mal gespannt, wer noch mit uns kommt. Ich sehe noch mindestens einen Spot, das ziemlich schnell runterkommt. Geist. Wo ist die Tür verfehlt? Komm hinter mir, ist direkt einer. Ja. Ich hab legit keine Waffe gesehen. Ich hab legit keine Waffe gesehen. Du musst mehr helfen. Die kommen bei dir hinten rein. Okay. Is down, is down. Ich hab ne Waffe. Wo? Ja, direkt da. Guck mal her. Guck mal her. Großartig. Wir können wir landen. Sind schon im nächsten Mal. Ich bin nicht sicher, ob der andere Typ nicht schon was hat. Der war aber in dem Gebäude, ich schwörs. Warum das den Puschen ist eh alleine. Ich hab auch nur in einer halbe Automatik. Julian. Ich hab auch nur noch knapp. Das ist ja schon draußen. Ja, ja. Bei mir. Schild gebrochen ist down. Nein, nee. Es war einer. Hey, ich hab gerade gefilgt. Ich hab den Schild gebrochen. Der Typ war gerade aufrecht. Nein. Lol. Okay, bei mir ist er aufrecht hier lang gelaufen. Ja, ja. Der ist aufrecht gelaufen. Und als ich gesagt habe, Schild gebrochen und ist down, war ich ein bisschen voreilig. Sie war tatsächlich nicht down, weil ich den letzten Burst gefällt habe. Ah, okay. Perfekt. Aber sie hat dann nach einem Schuss kassiert und umgekippt wie ein... Okay, perfekt. Wie ein Huan-Sohn. Habe ich nicht gesagt. Oh, da haben wir sehr easy. Und wir sind am Zonenrand sogar noch. Ja, die Frau hatte Pech. Ich hatte nämlich vor ihrer Nase, habe ich die Waffe weggenommen. Und dann wussten sie schon, das wird... Ne, gehen. Kann sie crouch! So, ich muss jetzt leider... Ich muss leider die Runde snipen. Ich habe so viel Shit einfach mitgenommen. Ich wollte noch snipen. Ja, Mann. Ich habe vier Shit-Batterien. Möchtest du zwei abhaben? Ja, ich habe auch selbst vier. Dann heil dich mal. Geh mal eben hier rauf und versuch mal. Vielleicht finde ich hier eine Rüstung hier drinnen, dann muss ich keinen verbrauchen. Beide finden wir dann eher am Besandermeer, ne? Ich bräuchte tatsächlich nur noch 28 Schaden an irgendjemanden zu verursachen, da würde meine Rüstung sich selber upgraden. Aus purem Respekt! Schreik die Rüstung in einem Level auf. Das wäre praktisch. Ja, ich habe schon... Meine hat sich schon erhöht. Aber leider... Noch nicht sehr weit. Hier ist noch ein Königspit. Ich habe schon eins, deswegen würde ich dir das lassen. Okay. Und hier ist noch ein Schweresmagazin. Oh nice. Schau, dass sie nicht so eine Passive... Ich habe die Passive, dass ich mich nach dem Springen besser manövrieren kann. Warum ist die Passive von ihr nicht, dass sie eine Herrscherungsmaterialien findet als Wissenschaftler? Das wäre mein Anregung. Das wäre eine Anregung wert. Oder von mir aus nicht, dass ich... Da ist einer! Ich habe seinen Schild schon verloren. Da ist er ein Recht von dir. Da, da, da. Ich habe einen gedauert. Da, da, da. Der kommt zu dir. Der kommt zu dir gespeedet, gespeedet. Der ist auf dem Dach jetzt. Hier oben. Ja. 2, 3 Hits aber schlechte. Ist er immer noch ein da? Ja, hier. Ja, hier war er gerade noch. Hier bei mir! Der kommt hier links. Werde beschossen! Das war krass! Das war krass! Das war krass! Ja. Die Prowlers sind aber auch ziemlich stark. Die spiele ich gerade. Willst du ein Medikids? Ich habe alles zu viel eingelächelt. Ich habe genug, danke dir. Da ist auch noch ein Hitzeschild dabei. Lol, hier liegt noch ein lilaner Kisten-Dings. Ja, ein Kisten-Dings. Ja, Todeskisten, Entschuldigung. Meine Wortfindungsschwigkeiten sind heute wieder zu einem anderen Level. Ich habe noch mal hier. Wenn da irgendwas interessantes liegt. Äh, ich wurde gepinkt. Ich glaube, die sind hinter mir gegangen. Ja, ich sehe sie da oben auf dem Dach. Äh, Leute? Ich bin gerade spontan. Die auch hier unten. Ich bin hinter dir gelandet. Sheet break, sheet break. Ich muss mich einfach heilen. Ich muss mal heilen. Ich muss mal heilen. Ja, ich muss. Ich bin hinter dir und komme jetzt ins Gebäude rein. Ja, die sind beide auf der anderen Seite. Boah, sie wollen nicht. Boah, sie wollen nicht. Gegenüber. Gegenüber bei mir. Ja, ich sehe den anderen hier. Ja, sheet break mich. Er hat irgendeinen Sniper. Warte, 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 warte. Ich brauche deine Hilfe, glaube ich. Ja, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich muss aber, ich muss aber ein bisschen removen. Kann nicht so schnell kommen. Die eine ist außen rum gelaufen. Ich werde schon wieder gepinkt. Da oben auf dem Dach. Die treffen nicht. Da außen. Hast du deine Raketen vielleicht? Ja, aber... Nicht auf der Range, ne? Warum nicht? Lass es mal außen rum. Ich bin draußen jetzt, ne? Ja. Ich habe leider auf der Sniper absolut keine... keine gute, äh... Ich habe ihn auch einmal gehichtet. Einer ist im Gebäude, glaube ich, bei dir. Bei mir einmal im Gebäude? Ja, ja. Der ist hier. Er ist hoch genug. Auf die Dach. Oh, ach. Ehrenloser Hund. Bei mir, bei mir. Ich bin super low. Ich kann dir wenig helfen. Er ist down. Ich mache ihm mal Finish wahr, damit ich mein Schild wieder... Ah, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Tschönen. Hat mein Schild aber mir wiedergegeben und ich bin direkt wieder down. Scharf, ich bin hier. Ich musste den Finisher machen, aber jetzt habe ich ihn wenigstens gebetet. Kein Problem. Alles gut. Auf nahe Distanz mit dem MG. Oh, jeder. Immer wieder eine kritische Angelegenheit, aber... Uff. Der Tresorschlüssel ist hier. Oh, das ist gut. Schaffen wir das hier? Bitte. Schaffen wir das hier? Schaffen wir das hier in der Gegend? Äh, ja. Der Tresor muss da nicht relativ nah sein. Wer hat eine KMG, hab ich durch. Wer hat das mal bei dem Ding? Ich brauche auch die Munition von den Pessern leider. Äh... Das hier ist auf jeden Fall unser Revier, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall geht's hier gut ab. So viel zum Action. Äh... Wir müssen zum Tresor dann jetzt, bevor der gleich zugeht, wegen der Zone. Ja, äh... Hast du das gepinkt? Äh... Der ist direkt um die Ecke. Lass mich... Komm jetzt mal zu einem... Ja, ja. Okay. Wir müssen dann kurz durch die Zonen laufen in den Tresor und direkt weiter. Deswegen regeneriere ich jetzt auch mein Schild nicht. Okay. Ja, wir können ansonsten dann über meinen... Mit meiner Fähigkeit... Ja, aber nicht aus der Höhle raus ist das Problem. Nicht, ich weiß. Mal gucken, nachgeladen ist. Einmal Hitzeschild, Pfeiffert. Die links. Jau. Maschallah. Deswegen waren die hier unterwegs, wenn die einen Tresor schlüsse hatten. Ich nehme mal die Russkanzler, weil meine nicht voll ist. Der Ring ist nah, Leute. Wir haben ganze 45 Sekunden Freizeit. Oh, hier ist gelbe Rüstung. Willst du die? Mir ist egal. Nimm du die ruhig. Dankeschön. Dann nehme ich die Gliederne auch. Ah, scheiße, ist leer. Ja, das ist dann... Die habe ich ja hier getroppt, die andere Gliederne. Hier ist ein Evo-Schild. Äh, Zone schließt sich. Wir müssen weiter. Warte, hast du den... Weißt du zufällig, ob du schon einen Triumph hast für... Äh, gleichzeitig schwere, einen goldenen Helm und Dings? Ne, aber sicherlich schon nicht. Äh, die müssen einmal deinen Zünder machen, glaube ich. Ja. Und dann halt hier den Berg hoch. Bist du bereit? Ja, ich komme mir raus. Ach, da bist du ja? Ja, ne? Ja, ne? Und nach links und hoch. Kürzlich der Weg ist durch die Feldspalte. Bewegt euch, wenn ihr nicht gerät werden wollt. Oder direkt drüber. Ja, direkt drüber ist auch gut. Ich weise darauf hin, dass dieser Flug ein Lichtrauerflug ist. Das wird auch für Rauchbomben. Ach na, moin. Siehst du irgendwen hier? Äh, von oben nicht. Wollen wir da zum Haus? Die sind langweilig. Kann man den Breiten? Nein, kann man nicht. Scheiße. Äh, wir könnten ja laufen ja über den Weg hoch. Äh, hast du Spritzen? Ja. Ich hab nämlich legit nur noch ein Medi-Kit, aber dafür drei Schilde. Schildbatterien hab ich. Du meinst, Medi geht's noch nicht spritzen. Nein, nein, ich mein Spritzen, ich will kleine Spritzen haben. Ja, kannst du gerne haben hier. Lass uns kurz hier ins Gebäude rein. Ja, jetzt hab ich es alle geschmissen. Ja, ich komme zurück. Nein, 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 ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Sieben Sports, 13 Personen. Das sieht gut aus. Okay, ja. Ich komm zum nächsten Mal. Da bist du. Danke schön. Ich hatte legit keine mehr. Nimm das mal auf und leg das an, beides. Einfach für den Triumph und danach brauchst du es wieder. Hast du es bekommen? Äh, scheinbar hat ich ihn doch schon. Dann nehm ich jetzt deinen Helm und du behältst den gelben Helm. Ja, okay, wie du meinst. Sind's nun ein Phoenix-Kit, ein zweites? Ne, ne, alles gut. Lass uns weiter machen. Replikator im Orbit, Leute! Ah, ich hab noch keinen Aufsatz für meinen Scheiß. Was für ein? Snipe-Gewehr, ja, ein Snipe-Gewehr. So, ja, das schlechter kann ich nicht mit dienen. Zielvisier leider, ja. Aber ist egal. Wir sollen weiter. Wir sind ja jetzt mittlere bis ferne Distanz. Wieder mal eine sanfte Landung. Wenn du mich fragst. Wir sind zwar hier mit ein bisschen Free-Kill auf der freien Fläche. Aber ich möchte nicht zu spät in die Zone rein müssen. Verstehe ich. Wir können auch einfach hier auf den Ballon, aber... Schüsse von rechts. Ja, also lassen wir den Ballon schnell in die Zone, oder? Okay. Und da würde ich müde. Ich hab nämlich nicht so ultra viel Munition tatsächlich. Ähm... Dann lass vielleicht... Ja, hier so hin. Wir müssen hier durch den Tunnel füchte ich, oder? Feinde? Ja, da links. Wir müssen den Quadraten hier draußen haben. Ja. Das ist recht. Ich möchte mich kurz anmelden. Zumindest mal in der Perspektive. Hier ist noch... Da, 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 da. Ich hab' mir gesehen. Der kommt wahrscheinlich jetzt bei mir. Wir müssen mal den Quadraten hier draußen haben. Für ihn. Ich komme links von dir. Ich fall' ihm in den Rücken. Ja. Er ist teleportiert. Dein. Das ist Ash. Ich mach' die Falle. Ich mach' die Falle. Ich mach' die Falle. Nicht reinlaufen. Ich block' hier einen ihrer Wege. Die wird sich wahrscheinlich jetzt zielen. Aber du musst den Einfänger schaffen. Oha. Das war der Letzte. Ich hab' den Shieldbreak geschafft. Das war ein Headshot, wie er im Buche steht. Ja, das hat das schön geklärt. Aber so wichtig. Ich will hier weg übrigens auch von dem offenen Feld. Hm, versteh' ich. In den Tunnel? Ja. Weinot. Ah, Scheiß. Dreck. Warte. 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 Mir geht's sonst vielleicht nämlich noch die Muni aus. Der Scheiß. Kühlschrank, ey. Äh. Ja, komm. Das ist keiner von hinten. In den Rückenfeld. Ich bin noch nicht. Ich hab' jetzt mal. Ich hab' die hatte' eine spezielle Waffe. Da kommt einer. Ja. Ich seh' zwei. Ich seh' zwei. Ich seh' zwei. Die müssen kommen. Dann lass' ihn den Tunnel zurückziehen, da haben wir ein bisschen mehr Deckung. Ja, warte mal. Der eine snippt mich nämlich an. Jo. Der hat aber schon gut kassiert. Ja, da kommt was. Da hinten ist nämlich einer, der snipet. Lass' ihn den Tunnel zurückziehen, wir sind dann zwar vielleicht von zwei Seiten. Ja, aber warte mal, die können uns von hinten kommen, die können von hinten kommen. Ich würd' nicht zu weit gehen. Der eine hat ne Snipe aber, der hat den Rangevorteil. Da komm' ich mit'n. Ich hab' auch eins. Da hinten ist er immer noch. Schildbreak. Wir müssen ran, denke ich. Ja, der eine ist down. Schön, ich füll' mein Schild auf. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Der macht den jetzt. Der Rest den. Im Schild. Der Rest den jetzt. Der Rest den jetzt. Der Rest den jetzt. Aber er hat gar kein Schild beim Rest. Dann darf er sich jetzt nur nicht hochschilden. Ich hab' einen down. Ah, der andere ist auch down. Perfekt. Der ist aber nicht tot. Ja, jetzt. Der ist wieder mit dem Schild. Okay, hab's geschafft. Äh, willst du den gelben Körperschild vielleicht mitnehmen? Ja. Den hab' ich gerade hier reingedrückt. Ich hab' nämlich jetzt einen erweiterten Damm. Nicht mehr weit bis zum Ring. Aber der ist ja gar nicht mehr voll. Ja, tut mir leid, aber der nimmt von ihm eine Schildbaterie A2. Ja. Das Ring schließt sich in 10. Äh, wir sind viel zu nah in der Zone. Wir müssen weiter. Drei Spots. No. Ich hab' auf dem starken Sondergewehr nicht mehr so viel Schuss, aber ich hab' drei Königskids, Alter. Mhm. Und noch Termitgranaten. Ich auch. Ich hab' auch drei Königskids. Und zwei Schildbatterien. Die werden hier im Tunnel sein. Das wird jetzt hier sich beenden, gleich. Hast du deinen Paketenhagel? Ja, hab' ich. Weil ich hab' meinen Nude. Vielleicht können wir den Höhlenabschnitt für uns sichern. Hier ist ein Tresor. Wir könnten hier im Tresor campen, Julian. Ja, tut mir leid, dass ich sage, wie es ist. Aber die Türen gehen nicht zu. Lass' einfach mal hier chillen. Okay. Gehen wir in Deckung, dass man dich nicht sieht. Ich hab' leider keine gute Waffe zum Kämpfen, aber... Wir gucken einfach gleich, wenn wir sehen, dass mal jemand down geht, dass nur noch zwei Spots sind. Das ist komplett freies Feld, wo wir gleich drauf kämpfen müssen. Ja, das ist meine Fähigkeit, die nicht lustig ist. Wenn du in die Luft steigst und Raketenhagel machst? Ich würde eher vorschlagen, dass wenn wir Schüsse hören, dass wir dann rausgehen. Wir haben ne volle Minute Zeit. Wir haben ne volle Minute Zeit. Wir haben ne volle Minute Zeit. Ja, das war wahrscheinlich irgend so'n Kid. Es kommt damit nix mal runter jetzt eigentlich, oder? In Fähigkeit? Na echt. Oder sollen wir move'n? Ich weiß es nicht. Lass uns das warten. Lass uns das noch ein bisschen warten. Ja, ja. Und wenn die anfangen zu ballern, dann engagen wir rein. Oder wenn halt im Chat steht, dass jemand gedownt ist. Ja. Chat in den F. Aber guck mal, wir haben auch echt gute Ausrüstung eigentlich jetzt. Du hast nen gelben Hellen. Ich hab nen gelbes Siegerbeliebungschild. Ich darf nur nicht in die Zone kommen, dann sind wir sofort down. Wir dürfen bloß nicht in die Zone kommen. Die werden jetzt wahrscheinlich alle campen. Die Frage ist wo. Wahrscheinlich noch draußen. Wenn wir aus dem Tunnel kommen, haben wir aber schon mal nen Vorteil, weil hinter uns kann echt keiner mehr sein. Ne, in die Richtung ist noch niemand mehr, wo wir herkamen. Da müssen wir gleich hoch. Höchstens geradeaus oder links könnte noch mehr kommen. Geradeaus ist der Ausgang, da müssen wir hin. Ja. Ich hör Schüsse. Ich wag einen kurzen Blick nach links. Da ist nichts mehr. Ehrlich. Ich könnte mit uns nochmal hochfliegen. Ne. Da. Da. Ich hab viele gute Hins gelandet. Wurde angehättet, die anderen sind oben, da wo ich meine Granate hingeworfen habe. Da oben ging oder? Oh, Manni. Einer schlägt oben. Einer schlägt oben auf dem Stein. Oh, Manni. Oh, so mit so und so. Ich muss müssen. Ich hab einen gedowned. Ich hole mir einen phoenix. Ich weiß nicht, was es gibt. Einer war oben auf dem Stein. Wir hatten so einen Geschützhelden. Es sind auf jeden Fall noch volle Squads. Sollen wir die unten beim Stein machen und dann hochpushen, die du gedowned hast? Nein, der oben, der oben ist gedowned. Der wurde gerade wieder überlebt, leider. Ja, rechte Hand sehe ich auch noch wen. Ich mach die jetzt unbeweglich. Komm. Oh, Niklas. Gedaunt. Die hat ein gelbes Schild, das heißt, die kann sich resen. Gedaunt. Und der letzte Squad kommt. An meiner Position ein Shield Break. Einer down, einer down. Ich heil mich hier oben. Der andere, halt den nur im Auge. Ich heil mich hier oben. Zehn. Ja. Jawoll. Guck mal. Wuppa Valley sind die Champions. Yo. Wir haben aber ordentlich Kills gemacht, ey. Echt so. Oh, der fliegt ohne mich weg. Ihr seid die Apex Champions. Ey guck mal, das war doch eine mega Runde, alter. Ist ja richtig gut. Ist ja richtig gut. Das war richtig gut. Das war richtig geil. Der Snipe war aber auch... Mwua. Chefs Kiss. Drei Zehn Gesamtkills im Squad. Hohohohoho. Jawoll. Das kann man mal so machen, ey. Das war's.